So, das ist der Platz. Schau mal. Jetzt war ich zu sehen. Ich muss sie ein bisschen aufschieben. So, zurück. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Kann ich nicht, kann ich doch. So. Singen wir. Komm mal rein. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, Kellerei. Hier muss ich hier hin machen. Ja, wir fangen mal an. Zu bauen. Ob das nicht halt stört, oder dass es nicht irgendwo wild ist. Ob das nicht halt stört, oder dass es nicht wild ist. Selbst Niederlage. So, hier kannst du den ausmachen. So, hier kannst du den ausmachen. Was machen wir ja hier? So, dann kann ich da, ne? Ich denke mal, kann ich schon. Was? Samson. Ah, das stimmt nicht. So, ich glaube, das klappt soweit. Ich glaube, das klappt soweit. So, ich glaube, das klappt soweit. Ich muss doch noch mal sehen. Das hier schiebt gleichmäßig hier aus. Bis groblos. Passt schon. Aber, was sehen wir ja? Da kann ich hier. Ich glaube, wir einstellen, schlafen wir nicht hier. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden. Ja, ich weiß schon. So, das ist auch schon wieder, ne? Oh, heute noch eine Frau. So. Da ist noch genug. Ja, das ist eigentlich schlecht. Nicht. Nein. Ich schieße mir. Ja. Das ist doch. Nein. Genau. Diese Reine, Reine. Das ist aber auch wichtig. Leine. Und die hier weiter. Ja, ist auch schon. Ich brauche erst etwas für das. Die Nulliag-Totel machen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ihr seid zu gütig, my Lord. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ich steige mal, gucke. Steige mal, gucke. Dreier, ich reine mal. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Eure Beliebtheit sinkt. So. Okay, jetzt kommt rein. Ich brauche es. Eure Beliebtheit sinkt. So, ich brauche jetzt einmal. Ja, ich brauche es, wo ich alles mache. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Die Leute verlassen die Burg. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Schleisch habe ich, Käse habe ich. Mein Hauptfunger. So, dann machen wir es so. Vier, drei, drei. So ist das klein hier, ey. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Ja, ich frage, ich habe es einfach. Ich glaube, das sollte ein bisschen in Ordnung. Was darf ich hier machen, ne? Kroni. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, komm, du musst keine Sorge. So rum. Als Ersten darf ich mich schlucken. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr seid zu gütig, mein Lord. Kroni. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen Holz. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ach, das ist auch gut. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, wie die Ernte zerstören euer Gnaden. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das habe ich schon mal geschafft, nur die sechsmal. Schafft, geht er herstellen, was? Schafft. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören euer Gnaden. So, ich mache die Arbeit. Jetzt muss ich nichts mehr rein gehen. So, ich muss es noch besser jetzt gleich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Normale Rationen. Extra-Rationen. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Die Möglichkeit ... Nichts. Die Beine ... Die Beine ... So, was geht alles denn noch hier? Keine Einfluss, so. So, was geht alles denn noch hier? So, was geht alles denn noch hier? So, was geht alles denn noch hier? Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Es kommen Leute zur Burg. So, was geht alles denn noch hier? So, was ist denn der Krieger? Ich habe mich bewusst ausquält, weil es schon ruhig ist, man kann schreiben, unterhalten sich noch ein bisschen und so weiter. Das ist der Vorteil davon. So, geht sofort weiter. Tschüss, Nutten. Jo, jo. So, gehen wir weiter her. Okay, so. Okay, so gehen wir weiter her. Musik Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Die Pest hat unsere Burg heingesucht, eure Lordschaft. Ihr verwöhnt uns, mein Lord. Musik Den wir hier. Den wir hier. Den wir hier. Echt. Schädlinge vernichten unsere Weizenerbte, Seier. Schädlinge vernichten unsere Weizenerbte, Seier. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Normale Rationen. Hallo, mein Gott, mein Chef war so etwas verfallen, mein Spiel gerade, weil ich viel gehalten habe. Vielleicht noch ein Neustart hier, weil da ist natürlich auch nicht so ganz. Ich glaube, das habe ich auch schon, aber mir fehlt ein Augenblick. Das ist doch ein Schicksack hier zum Bauch. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Oh, halbe Rationen. 36. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr seid zu gütig, mein Lord. So, mit Gelbmmeier. Oh, breit haben wir ja ohne Ende. Oh, Geilfers, Gott. Das habe ich nicht für die Pinnstrahlung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Ja, dann sollte ich vielleicht loswerden. Eure Beliebtheit sinkt. Ich habe es heute angeguckt. Das glaube ich, ja. Das war stark mal frei. Gnaden, Speichern. Was soll neu starten? Ja, bitte. Am Königlichen Hof soll bald... Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Auf einer Seite muss ich stetsam. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ja. Ja. Schiff, geil. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Naja, das war eigentlich noch einverfällig noch, ne? So was kommt denn noch? 18, noch kein... Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Was darf ich mir vorstellen? 25... So, aber das ist nicht... Oh, okay. Shit. Das ist ein Meier. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören euer Gnaden. Die Pest hat unsere Burg heimgesucht, eure Lordschaft. Eure Beliebtheit sinkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020